Inhalte in Mahara Unter dem Punkt Create, wo auch Ansichten erstellt wurden, können weitere Inhaltstypen ausgewählt werden. Beispielsweise kann ein Block erstellt werden. Bei der Erstellung eines neuen Blogeintrags wird ein Titel und ein Eintrag vergeben. Der Eintrag kann aus Text und Bild bestehen, wobei das Bild direkt in den Textfluss eingebaut oder als Anhang hinzugefügt werden kann. Die Möglichkeiten des Einfügens beziehen sich wieder auf den Upload oder die Auswahl aus den Verzeichnissen. Ein weiterer Inhaltstyp sind die Pläne. In Plänen können einzelne Aufgabenlisten erstellt werden. Ein neuer Plan fasst einzelne dieser Aufgaben zusammen. So wird nun ein Titel und eine Beschreibung vergeben. Weitere Einstellungen können ebenfalls getroffen werden. In diesem erstellten Plan können nun Aufgaben erstellt werden. Diese Aufgaben werden mit einem Titel, Startdatum sowie einem Abschlussdatum versehen. Mahara bietet die Möglichkeit, an die Aufgabe erinnert zu werden. Wann dies geschehen soll, kann ebenfalls eingestellt werden. Falls eine Beschreibung der Aufgabe notwendig ist, kann diese nun ergänzt werden. In der Übersicht kann die Aufgabe jederzeit erneut bearbeitet, aber auch gelöscht werden. Nach Abschluss der Aufgabe kann diese als erledigt markiert werden. Die Verwaltung von Dateien Die Verwaltung von Dateien erfolgt über sogenannte Verzeichnisse. Hinzugefügte Dateien, die entweder in diesem Tool hochgeladen wurden oder bei der Erstellung anderer Inhalte eingefügt wurden, können nun verwaltet werden. Neben der Erstellung von Inhalten lässt sich auch das eigene Profil verwalten, können dann sogenannten Verzeichnissen organisiert werden. Diese Inhalte können und sollen ergänzt werden. Es ist wichtig, die Nutzungsrechte für die hochgeladenen Medien zu berücksichtigen. Hierfür soll in der Beschreibung nicht nur der Bildinhalt in einem Satz dargestellt werden, sondern auch auf die Quelle verwiesen werden. Die erstellten Verzeichnisse können in Mahara auch als ZIP-Datei heruntergeladen werden. Hier können Informationen nach Belieben ergänzt werden. Zur Auswahl eines Profilbildes muss unter dem Dropdown-Menü im Profil Profilbilder gewählt werden. Es ist nur möglich, fünf Profilbilder hochzuladen, wobei eines davon als Standard gewählt werden muss. Mahara gibt Beschränkungen für die Bildgröße und die Ausmaße an, diese müssen berücksichtigt werden. Auch bei dem Upload des Profilbilds ist auf die Nutzungsrechte zu achten. Um das hochgeladene Bild auszuwählen, muss dieses nun als neues Standardbild eingestellt werden. Falls kein hochgeladenes Bild als Standard gewählt wird, wird der automatische Avatar von Mahara gewählt.